Jetzt sind wir alle sehr gespannt, ob das klappt mit Malle. Er hier war der Mann, dem alle auf dem Traumschiff vertrauten. 10 Jahre lang spielte Nick Wilder den Schiffsarzt Dr. Wolf Sander. Doch nun heißt es auf zu neuen Ufern. Im Sommer dreht der 68-Jährige nämlich 2 Filme. Er schreibt in einem Drehbuch und Musik macht er auch noch. Diese Leidenschaft entdeckte er bereits mit 14. Als Mitglied einer Schülerbänden. Dann sagen wir mal, viel Glück beim Kurswechsel.